Samstag, 14. März 2020 Nachdem ich Frey-Frey frage, ob er auch im Filat ist Sagt er, nein Brate, ich bin auf der Halde Er soll mir Bescheid sagen, wenn was abgeht Schreib ich ihm, er antwortet, okay G Wenig später frag ich ihn nochmal, was bei der Halde abgeht Weiß ich nicht, später erst Brate Haltethema zu abrang Heute Abend gönne ich mir Getroffen hab ich ein paar von unseren Leuten Skandalisiert wird heute Halde war voll sinnlos, schreibt Frey-Frey mit mir auf WhatsApp Und ich sage, alles klar, ist gecheckt Null Uhr, die Stripperin kommt im Filat rein Päää, skandalöser Scheiß Blonde Haare, supergroße Busen und skandalöser Arsch Bank Charged Die Stripperin, ich nehme sie auf und mach auch Fotos von ihr Was ich mach, ich gönn mir Ich guck, zwei Schnüssel werden dran genommen Um die Stripperin vor sich zu haben Die beiden haben ja mal keinen Plan Und sind viel am Schlafen Das mit der Peitsche Die beiden Typen kennen sich überhaupt nicht aus Was war das denn für ne Scheiße? Danach zeigt die Stripperin auf ihren Busen Und sagt zu den beiden Kelps Ran an den Speck Die kommen mit Äh, äh, ich trau mich nicht Also ich hätte alles genutzt Jede Gelegenheit Kein Scheiß Bin ich später umarmt Ich werde mich so Ich denke mir Skandalös, lo Ich bin ich später umarmt 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 Bis zum nächsten Mal.